Meine Damen und Herren, schon die Aufforderung, eine Demonstration zu vereiteln, ist nach § 111 Strafgesetzbuch strafbar. Die Blockade selbst ist strafbar nach § 21 Versammlungsgesetz. Auch Beihilfe und Anstiftung ist strafbar, meine Damen und Herren. Schließlich ist strafbar die Unterlassung des Eingreifens durch die Polizei und es gibt auch den Straftatbestand der Strafvereitelung im Amt. Wir reden also hier von Tausenden von Straftaten, die von ehelichternden Linken und politisch verfügten Kindern nach knapp 13 Jahren Merkel-Regierung in einem inzwischen pathologisch anmutenden Krampf gegen Rechts mal so richtig die Sau rauslassen wollten und auch die Sau rauslassen durften. Meine Damen und Herren, Hunderte von Straftaten wurden wahrscheinlich auch verübt von der politischen Polizeiführung und von der politischen Führung sowieso in unserem Land. Wobei ich den einfachen Polizisten, Kollege Hilse, natürlich davon ausnehme, der einfache Polizist kann nichts dafür, wenn seine Führung durchdreht. Und die Polizeiführung und die politische Führung in Berlin ist durchgedreht am 17.02.2018, meine Damen und Herren. Ihre Redezeit ist zu Ende. Deshalb höre ich jetzt auch auf, Frau Roth. Das ist ein richtiger, offenkundiger Skandal, meine Damen und Herren. Der zeigt uns, in welchem Zustand dieses Deutschland, dieser Rechtsstaat ist. Dieser Zustand ist erbärmlich, meine Damen und Herren. Er ist erbärmlich und er wird, da bin ich sicher, sich so lange nicht ändern, wie Sie von den Altparteien regieren. Vielen Dank. Vielen Dank.